ja hier willkommen mein name ist dann die röpe und ich begrüße euch zurzeit bei tales of xilla 2 in der letzten folge haben wir noch ein zwei nebenquiz gemacht weil wir nicht anders wussten was wir tun sollten und ja warum bleiben immer alle stehen wenn die näher kommen zum teufel es läuft ja weiter was ist das egal wir machen mit der hauptsache weiter ein bisschen geils trefften und mir ist noch eingefallen also fünf minuten das wäre eine neue klamotte für lud kam ohne jacke 1 ok ok ja warum nicht so meine gruppe weil sie nicht wahrscheinlich kriegen wir eine vorgeschriebene gruppe deswegen lasse ich jetzt erst mal wer das ist hier ich bin mir fast sicher und ja dann mach mal mit das doch weiter ach so war ja wo bist du ja so wichtig ja ja ob geschichte fortsetzen warum nicht war keine schon schlimmes passieren kapitel 8 gaios prüfung ich glaube wir haben unsere vorgeschriebene gruppe jetzt ablos nicht ihr bezahlt eure getränke mit dem geld der steuerzahler wir kommen jetzt auf einmal darauf ihr habt gesagt ihr wollt mit mir sprechen ja 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 okay auch ja Aber ich gehe zurück. Luger, ich muss wissen, ob ihr wirklich wertvoll seid, um das Tod der Welt auf deinen Schultern zu tragen. Geht euch nichts an. Und wenn ich nicht würdig wäre, wann dann? Das war sehr gut vorgelesen, ja. Und wenn ich nicht würdig wäre, was dann? Ja. Sieht doch fair genug. Gehen ist nicht laut. Wie genau willst du ihn zu prüfen? Bring mich in eine fracturige Dimension, damit ich seine Aktionen für mich sehe. Vera hier. Wir haben eine neue Fractur-Dimension. Der Rift ist in Kambelar. Bitte departe für ihn sofort. Perfect timing. Ich komme auch. Ich möchte dich anschauen, dass du ein Weltkrieg endet. Du weißt, Wilmer hat eine ziemlich gute Arbeit gemacht. Ich hoffe, du bist richtig. Also, du wirst wahrscheinlich nicht wissen, aber ich bin jetzt ein Reporter. Du wirst, wenn ich ein Mensch interessiert auf dich? Das würde mich komplett verletzen. Oh, kein Problem. Ich werde es nicht weitergehen, bis nachdem du deine Arbeit endet. Endet es könnte dauern. Keine Worte, ich kann warten. In diesem Fall, mach alles, was du denkst. Ja, ich kann mich schon denken. Technologie ist nicht genau dein Ding. Es ist Zeit, mir eine dieser Fractur-Dimensionen zu zeigen. Bestes Geschichte ever! Ja, sehr schön! Oh, Kopf hoch! Boah, Figureover! Okey, meine Katze zurückkeben! Boah, jawoll! Sehr schön! Geil, jetzt hat sich ins angeschlossen. Perfekt. Shira-Nami?! Ok, war klar. Der Katanas hat gar nichts. warte mal oder hat nichts ausgesetzt ja okay sehr schön krisenschub alle grundwerte werden um 15 prozent erhöht wenn du die einzelne ja muss jetzt nicht okay für plus durch abwärts wird sich ein tp war ja auch sehr schön scharfe schneider hieber bevor es mit größerer wahrscheinlichkeit magische krankheiten von hinten werden bei der gesamten gruppe 10 tp wieder hergestellt schwer schneider kannst gegen jede größe mit einem angriff und wegschleidern das klingt so geil ja jetzt mal so okay ich bin jetzt nicht so überrascht bordern auch eine geile dienst anscheinend weil ich natürlich schon wusste dass geil ist auch ein spielbar charakter in diesem spiel ist das ist irgendwie immer das was ich als einziges weiß wird nirgends auf spiel auch wenn ich es zum ersten mal spiele ich kenne immer die spielbaren charaktere und ja ich freue mich hier richtig hier hin zu steuern wird richtig gut kommen so was hast du in hier für arzt geister kreis steckt den geist nahe verbündete und heilt sie wildes winken geistenergie dort sind das alles vollkommen neue attacken und so schallstoß bohr tiger blade dämonenzahn okay wenn ich bin seine angriffe ok die sind schon gut ja das kann hier hin wenn das ein heil dingen ist wieder die monster natürlich nur auf kreis tiger blade kommt nach oben will es winken ein geist energie um seine stärke für kurze zeit zu verbessern das kann hier in schallstoß hat klingt wieder hier so wie es ja nicht gleich mal elbe noch hat hier windböe ein horizontal wie butter auslöschung also nicht auch wenn du gerade schaden leidest ok immer hier den will ich unbedingt mal steuern nummer an erster stelle bitte aber ich habe nur lehrer kann man muss man erst mal müssen wir ja ja schon wieder schwierig soll ich jetzt direkt zu dienen zu wieder gehen ich kann es auch gar nichts mehr ändern wir sind jetzt durchziehen oh hallöchen sind direkt schon wieder neue dinger immer mal ein paar ab wäre ja eine gute möglichkeit jetzt geiles auszuprobieren aber wenn wir meinen ganzen erst mal los ja bonze ok dann macht man das erstmal weg schade ich muss immer nur eins erledigen ist so was 70.000 muss ich jetzt nur noch warum das denn egal egal waffen und so kann ich neue sachen herstellen das kapitel hallo ja eine neue rüstung und so bräuchte er vielleicht mal sehr schön und hier kommt helme und die dicken dinger ok und weil sie nicht warum das mal so ein roman hier dann muss erst mal ein paar neue sachen hier lernen ich habe das gefühl ist richtig schwach weniger api als jeder andere sehr schön damit gehen wir jetzt in später dimension weil ja jetzt jetzt voll drauf haben obwohl nein ich möchte jetzt nicht wer weiß was als nächstes da passiert in der später dimension deswegen nehmen wir uns jetzt geiles mal ein bisschen vor und gucken wir mal was er so drauf hat ich muss mir auch ein bisschen mit dem ein spiel ich will unbedingt spielen dafür können wir jetzt ein paar monster ihr knechten was dann sind wir kurz davor dinge zu bekommen dann müssen wir nur noch die paar sachen erledigen das ist fantasia ja daraus wollte ja ein mantel höhenstraße sehe ich ja ganz oft höhenstraße 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 wir müssen eigentlich alles vor der höhenstraße von sap straff erlegen ja ich kenne doch kaum gehe ich in diese später dimension rein werde ich voll geflüstert von allen seiten doch kommt mal her ich muss alles getötet ja dieses geld in den sorgten auch himmlische schlacht zwischen gut und böse ja genau so heftige angriff wie im ersten teil aber es lang war ja okay hat hier keine ahnung was zum teifel und so viele alter wie will man den dann aufhalten das ist in dem seine dinge zu bau okay was mal über der dinge sagen so und wollte ich noch in dieses schock haben ganzes wagen ich bin der könig mein gott das ist ja gar nichts gewesen hat aber wo sie sagt konnte anruf mal hier ein körper ist auch voll übertrieben aus vergeltungsfähigkeit wenn da ist erfolgreich einen feindlichen angriff abwehrt und danach innerhalb von einer sekunde einen vorwärtsschritt macht mit einem mächtigen schlag ein fesse wenn du dir diese fertigkeit zu nutzen macht und mit zeitgleich gut abgepassten abwehrmanöbern auf angriff reagiert kannst du schwäche regen auf einen schlag ausschalten sehr schön richtig übertrieben mehr ap für den könig oh mein gott also von übertrieben 30 mal fertigkeit überschreitungsverlängerung und stärke plus 2 habe ich natürlich nicht und ich kann auch nichts hier zuteilen da kommen alle her schlacht zwischen gut und böse ab werden und dann vorwärtsschritt machen okay verstehe dann kommen wir ja ich habe da noch nicht so drauf einfach nur kreis naja erstmal treffen auch ein echte gegner dann gut aber jetzt verdammt langsam wie man ihnen denn aufhalten ganz ehrlich ok dem angriff möchte ich gerne woanders haben es war ihr sagt so geil beim erfohlen mit seit übertrieben lang schwert ich muss den angriff ab werden das irgendwie angriffsschritt und so das wäre nämlich voll kontraproduktiv man muss heute mal sagen vor allem ich kenne noch weil wie groß der typ auch ist er redet sich auch so königlich an nähe zu selber ne mit wie macht man ja wenn man so adelig ist mit uns hier so anreden du hast das hier weg und meine katze stimmt dünn gerahmte brille sehr schön noch irgendwo was war glaube ich noch nicht ok ok hier ist blöd weil er von ihr stadtjährlich ok verdammt kommt zurück du ich muss mal hier ein paar dinger benutzen ich habe so viel von ihnen so ereignis den ins kirchen gras poli wie sie keiler ok da und wir wildschweine da komm mal her ich mach auch noch erledigen ich dachte jetzt noch schaden ich hab gerade so nach unten drückt so oder kleidung bleibt hier so ja stimmt natürlich jetzt merkwürdig auch so ohne jacke naja es fühlt sich irgendwie so spielmann als würde ich die ganze zeit nutzke in seiner überform ja erledigen was nein mein gott wie viele von ihnen dann fliegen herum er tun dann nur solche viecher umlaufen er war jetzt 56 verschiedene viecher da ist kein einziger von ihnen dabei ich glaube er ist der langsamste charakter von allen richtig starker angriff richtig langsam also vorstellen so ich die schnelle bosse ist halt nicht sehr gut wenn wir schweine ich meine es sogar langsamer als dinge als elven ich glaube tatsächlich viel mehr aus sehr schön freue ich mich ich kann auch nur zweier kombos machen die frage ist jetzt meinte er mit wir nur sich oder gut gehen dann wird zum sap abstraff nein seehafen kann man glaube ich auch dinge abgeben gehen wir erstmal alle dinge hier ab dann machen wir in der nächsten folge weiter sehr schön geil geil neuer geil jetzt endlich mal eine bronzemarke aber ich brauche ja ein bronzesegel das hat mich voll ab im kopf ich habe sie tun sich immer wieder neu generieren kann und sagen ja ausführen von den ganzen aufträgen da ich gehe jetzt hier auf screen wo ich gehe mal und vielleicht hat er gar nichts zu sagen gute nacht oder dann sehen wir uns ein bisschen vorbereitet haben eingeliebt haben wo ich sagen werden wir in der nächsten folge mal in die splitter dimension eintauchen und sehen was da zu tun ist ne ich will mich alle zuschauen und sage tschüss Untertitelung. BR 2018